Hallo, mein Name ist Thomas Messner. Wenn Sie mehr zum Thema Ladestation für Privatgewerbe und Hotellerie wissen möchten, dann besuchen Sie mich auf der Bauen und Wohnen. Wo wir mit Ihnen über das Bauen und Wohnen sprechen. Besuchen Sie uns auch heuer im Messezentrum am Stand der Salzburger G. Salzburger G. Wo Zukunft ins Leben kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017